Hallo und guten Tag, willkommen auf unserem YouTube-Kanal God's Promise, und das heutige Video wird Nummer 20 sein, Bedeutung und Symbolik, lass uns jetzt anfangen, 20-Numerologie. Bedeutung und Symbolik von Engelszahlen-Numerologie bietet eine faszinierende Perspektive und bietet Einblick in die spirituelle Bedeutung, göttliche Botschaften und die Symbolik von Zahlen. In diesem Video untersuchen wir die Lehren und die symbolische Bedeutung der Zahl 20 in der biblischen Numerologie. Insbesondere werden wir uns die Engelsbotschaften und die Symbolik ansehen, die mit dieser Zahl verbunden sind. Ich werde mich eingehend damit befassen, ebenso wie seine täglichen Anwendungen für Gläubige. I. Engel Nummer 20 enthüllt Es wird angenommen, dass Engelszahlen denjenigen, die ihnen begegnen, göttliche Führung und Botschaften übermitteln. Zahl 20 biblische Numerologie Engelszahlen nehmen in der Bibel einen wichtigen Platz ein. Sie stellt eine Zeit des Wartens, der Reinigung und des spirituellen Wachstums dar. Wenn wir die Symbolik dieser Zahl verstehen, können wir unser Verständnis von Gottes Zeitplan und Zweck in unserem Leben vertiefen. 2. Engelszahlen-Symbolik von 20 Warten und Geduld Engel Nummer 20 symbolisiert die Jahreszeit des Wartens und der Geduld. Es spiegelt die Notwendigkeit wider, sich auf Gottes Zeitplan zu verlassen und in Zeiten der Unsicherheit fest im Glauben zu bleiben. Diese Symbolik steht im Einklang mit den biblischen Lehren, auf den Herrn zu warten, auf seinen Plan zu vertrauen und Stärke in seinen Versprechen zu finden. Reinigung und Erneuerung Die Zahl 20 ist mit dem Konzept der Reinigung und Erneuerung verbunden. Es stellt eine Zeit des spirituellen Wachstums, der Selbstreflexion und des Loslassens der Dinge dar, die unsere Beziehung zu Gott behindern. Diese Symbolik steht im Einklang mit den biblischen Lehren über Busse, Vergebung und die verwandelnde Kraft der Gnade Gottes. Göttliches Eingreifen und Beistand Engel Nummer 20 ist ein Symbol für göttliches Eingreifen und Beistand. Es erinnert die Gläubigen daran, dass Gott aktiv für sie arbeitet und dass sie auf seine Führung und Versorgung zählen können. Diese Symbolik steht im Einklang mit den biblischen Lehren über die Treue Gottes, seine Bereitschaft, seinen Kindern zu helfen und die Gewissheit, dass er in unserem Leben präsent ist. Dritte Alltägliche Anwendungen Auf Gottes Timing vertrauen Die Symbolik des Engels Nummer 20 fordert Gläubige auf, auf Gottes Timing zu vertrauen. Es ermutigt sie, geduldig zu sein und darauf zu vertrauen, dass sich Gottes Pläne auf die richtige Art und Weise und zur richtigen Zeit entfalten. Durch das Vertrauen auf Gottes Zeitplan können Gläubige inmitten des Wartens Frieden und Zufriedenheit erfahren. Spirituelles Wachstum annehmen Engel Nummer 20 inspiriert Gläubige, spirituelles Wachstum und Reinigung anzunehmen. Es erinnert sie daran, Gott um Vergebung zu bitten, vergangene Fehler zu vergessen und nach Reinheit und Gerechtigkeit zu streben. Durch das Streben nach spirituellem Wachstum können Gläubige eine tiefere Verbindung zu Gott und einen neuen Sinn für ihr Leben erfahren. Suche nach göttlicher Führung Die Symbolik des Engels Nummer 20 inspiriert Gläubige dazu, göttliche Führung und Hilfe zu suchen. Es ermutigt sie, zu beten, Gottes Wort zu studieren und in ihrem täglichen Leben auf seine Stimme zu hören. Indem sie göttliche Führung erhalten, können Gläubige im Einklang mit Gottes Willen wandeln und seine Führung und Versorgung erfahren. Geduld und Ausdauer üben Engel Nummer 20 bittet Gläubige, auf ihrem Glaubensweg Geduld und Ausdauer zu üben. Es erinnert sie daran, dass das Warten auf Gottes Timing nicht Untätigkeit bedeutet, sondern einen festen Glauben an seine Treue. Durch das Üben von Geduld und Ausdauer können Gläubige in ihrem Charakter, ihrem Glauben und ihrer Widerstandsfähigkeit wachsen. Fazit Engel Nummer 20 hat in der biblischen Numerologie eine tiefe Symbolik und spirituelle Bedeutung. Es stellt eine Zeit des Wartens, der Reinigung und des spirituellen Wachstums dar. Indem sie auf Gottes Zeitplan vertrauen, spirituelles Wachstum annehmen, göttliche Führung suchen und sich in Geduld und Beharrlichkeit üben, können Gläubige mit Zuversicht und Hoffnung auf ihrem Weg des Glaubens voranschreiten. Mögen wir die Symbolik des Engels Nummer 20 beachten und die transformierende Kraft annehmen, die darin liegt, auf Gottes Zeitplan zu warten und spirituelles Wachstum in unserem Leben zu bewirken.